Ich such noch was fürs Abendessen. Wie wär's mit Porto-House-Steak? Am Knochen gereift. Geht schon. Mal den Parmigiano-Reggiano probieren. 48 Monate gereift. Unsere Knusperdinos, die sind natürlich aus Hühnerfleisch. Finden Sie gleich hier, in der Tiefkühlerplan. Ah, verstehe. Sehr gut für Salat. Und Ihre Gelenke. Der Herr? Schon bei frischem Ricotta probiert? Mit Spinat. Damit sie groß und stark werden. Alex! Essen! Aber ich bin doch schon der stärkste Wikinger. Alex! Komm mal!